und ab geht's ich habe schon wie falsch tasse gedrückt jetzt jetzt ja eine insel ach so ich wollte ja die die fände nutzen genau dass ich die freischalte hinter dir jetzt ja ich habe nur was gehört und es war so dunkel ist immer dunkel ja bei the crow heißt es kann nicht immer regnet ach du bist schon drin das ja und hier gibt es munition und da gibt es haufen zombies die von mir erschossen werden wollen schneller doch ließt hat er die schießt aber wirklich schnell naja aber so richtig schnell maschinengewehr hier ein ständer muss halt ist ja aber das war nicht schlecht mit einem schuss gleich weg nein so überlasst mir die mal okay kommen wir hier gut ja super das finde ich gar nicht verkehrt dass man mit einer waffe dann sag ich mal viel ballern muss um die anderen freizuschalten das war bei remnant auch so ne ich glaube ne bei remnant hatte man die so gekriegt und gefunden oh hier ist schon der fette vielleicht haben wir glück und können den auch gleich extrahieren dann können wir uns den noch gleich mal auf jeden fall warte mal wo ist denn der ist bestimmt hier in dem gebäude oder ja hier drin ist sehr gut da kommt also ich habe dich getroffen ja das macht aber nicht mich natürlich gleich wieder angezündet der lümmel ich wusste ja kommt auch noch ein zombie rein ja mich hat auch ein zombie voll erwischt scheiße jetzt brenne ich hier oh ich wurde angeschossen da ist einer drinnen schon mit der schrotflinte hat er mich erwischt scheiße oben ist oben ja also oben hat er mich umgebracht kommt euch von rechts oben und mein körper brennt ja ja Sven allein zu hause und wir Vielen Dank.